AmiGos, was geht ab? Hier ist euer GeniaWolf3. Willkommen zu meinem zweiten Pack of Willings von Team of the Season. Heute ist die Bundesliga am Start und es ist echt krank. Es ist unfassbar, was EA mit den Spielern gemacht hat. Wir haben Lewandowski 98, Aubameyang 93, Müller 94. Wir haben Douglas Costa 89, rechtes Mittelfeld. Mkhitaryan 90. Und Fährmann, der macht neuer Konkurrenz. Fährmann 90, Hummels 93. Es ist echt unfassbar, was da total abgeht. Das ist krank, richtig, richtig krank. Aber wir gehen jetzt mal rüber zu den Auswechselspielern. Wir haben hier noch einmal Kalou als Stürmer, der dann natürlich noch geiler. Der ist jetzt linkes Mittelfeld. Wir haben noch Chicharito Hernandez mit 89 Punkten. Und da würde ich sagen, wir fangen schnell mal an, um ein paar Points wegzuhauen, um irgendeinen Spieler zu kriegen. Ich hoffe, wir haben diesmal Glück, weil letztes Mal war wieder für den Arsch. Ja? Wir gehen gleich zu den Sets. Mal gucken, was wir am Start haben. Und wir haben die 15 K-Sets und Promo-Sets 35. Ich habe mir mal gegönnt 10.800 Points. Und das erste Pack öffnen wir. Pogba Style. Und bringt er uns Glück? Oblak. Oblakos. Bruno Perez, ein geiler Verteidiger. Echt geiler Verteidiger. Sonst ist wieder leider, leider alles schlecht. Leider alles schlecht. Abstoße. Weiter geht die Reise. Machen wir wieder 35 K auf. Und Kosciani, der bringt noch bestimmt seine 3. Ja, schauen wir mal. Bringt er noch wenigstens seine 3? Jo, 3,7. Das ist schon mal richtig geil. Das hat sich mal gelohnt. Ansonsten Verträge, 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 Fitnesskarten. Die haben leider einen Wert verloren, weil natürlich jeder Packs weghaut und wegzieht. Oh, ein Gold-Zettel als Geschenk hatte ich auch noch nicht. Dann machen wir nochmal 35 K auf. Was ist das? Was ist das denn, ey, Kollegas? Mal gucken, ob EA heute mal mir ein, zwei geile Spieler bringt. Und Zabaleta. Ja. Zabaleta, Navas, Evra, Smolnikov. Verdammt geiler Verteidiger. Mit 87 Tempo, 78 Defense. 15 K, 15 K und Buma, Chan. Sinds alles scheiße. Ich glaub im nächsten Video fang ich an zu weinen. Weil es macht echt keinen Spaß, die Pixel. Raffia. Benteke haben wir auch noch drin. Benteke haben wir auch noch drin, umsonst. Hey, wieder ein Gold-Set, was ist denn da los? Fängt schon mal super an. Und wir sind jetzt bei 8100 Points. Martitsch. 35k. Starridge. Ich glaube, der bringt noch ein bisschen was. Starridge. Was ist denn mit dem passiert? 4, 5. Ei. Und Lahm. Wir haben Philipp Lahm. Wir haben Philipp Lahm drinne. Philipp Lahm. Was ist denn da los? 14, 12,5. Ei. Ei, da muss ich sagen, Dankeschön. Hat sich echt gelohnt. Lahm ist geil. Lahm ist geil. Nicht schlecht. Philippos Lamos. Und Und das war gerade. Wir haben die natürlich mit Coins geöffnet, nicht mit Points. Vitello. Oh Mann, du Arschloch. Was ist das denn, Manni? Komm. Benteke. Ich will einen Team of the Season Spieler haben. Hey, EA, das ist doch nicht so schwierig, diesen verkackten Team of the Season Spieler irgendjemandem hinzubringen. Boah, Alter, es hagelt heftig. Leck mich am Arsch. Es hagelt. Oh. Nur Schrott. Ey, Jungs, guckt euch das mal an. Es ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Ich weine gleich. Ich weine gleich. Ich weine. Ey, nicht mal Naldo. Rudolf-Lof-Lof-Lof-Lof-Lof-Lof. Mutze Nummer 2. Wir haben jetzt... Chara sind noch okay. Ja, wir haben jetzt 2350 Points. Ja. Ja, bitte. Ein scheiß Team of the Season Spieler, bitte. Ich kann doch nicht so ein Pech haben. Team of the Season. Ben Afra. Ist er noch was wert? Der 5 Star Sklar. Ey. Seine 5 ist er wert. Ey, Jungs, wir haben jetzt so viele Points verzogen. Wir haben jetzt 9800 Points verzogen. Wir haben nur noch 1000. Und wir haben hier nichts. Legende Totti. 87 Pass. Ne. Ne. Das ist doch nicht wahr. Ein Auto bis letzte Woche. Team of the Season. Jetzt ziehen wir den als normal. Das ist doch nicht wahr. So, da sind wir jetzt auf einem anderen Account gelangt. Mal gucken, der lädt noch. Da haben wir auch noch ein paar Points übrig. Vielleicht liegt das wirklich am Account. Das kann ich mir eigentlich mal nicht vorstellen. Wir haben es jetzt... Wir haben es jetzt Sonntag. Den 15. Mai, also Pfingstsonntag. Um... Uhrzeit ist 12.58 Uhr. Also das ist auf jeden Fall eine beschissene Zeit. Eine beschissene Zeit, um irgendwas... ...zu ziehen. Vielleicht haben wir hier Glück. Wir haben hier 2200 Points. Ich wichse heute alles weg. Ist mir sowas von Latte. Na komm. Das ist mein Haupt-Account. Komm. Bitte, bitte, bitte. Seid doch nicht so gemein zu mir. Brzovic. Kaja. Montari. Der war früher richtig geil. Der Spieler war 18 Meiland. Wieder 300. Wir machen jetzt einmal so... ...und... ...und... ...Jabi. Und Kaseido. Dann haben wir noch Fabiansky. Roland. Knoche. Alexis. Kjamnev. Sonst ist alles... ...Kacko. Nehmen wir mit. Das ist ja umsonst. Ihr denkt bestimmt, was ist das für ein Behinderter. Äh. Ja. Das bin ich. Aber ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen bin ich. Oh Mann. Was sind das? Skrittel. Das letzte Pack. Wir machen das natürlich Spopper-Style auf. Schuh. Weinen nicht, wenn der Regen fällt. Dom Dom. Coal Man. Und Kokorin. Und Kokorin. Den nehmen wir mit. Ich mag den. Der geht voll ab. Sonst... ...alles für den Popo. Oh. Ja Ladies. Wir sind am Ende. Es tut mir so leid. Ich habe überhaupt kein Glück. Ich werde mich gleich wieder in Schlaf weinen. In dem Sinne. Ladies. Es tut mir so so leid. Wir haben so ein Scheiß Pech. Es ist nicht mehr wahr. Ich werde das hochladen. Und ihr werdet euch bestimmt wieder totlachen. Im Kommentar habt ihr geschrieben. Ja kommt. Es geht voran. Es kommt. Es kommt. Es kommt. Aber es komme gar nichts. Es ist nur Schrott. Es ist verdammt nur Schrott. Das finde ich total assi alter. Aber man kann nichts machen. Überhaupt nichts machen. Wir haben nicht mehr einen Impfraum gezogen. Da ist Cavani drin. Nichts. La Cassette ist auch da noch mal drin. Promises drin. Haben wir leider nichts gezogen. Naja. Ich werde doch nicht weiter labern. Vielen vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mich nicht abonniert habt. Abonniert mich. Folgt mir gerne auf Instagram. Oder auf Facebook. Ihr habt ja. Die ganzen Links sind irgendwo da unten versehen. In dem Sinne. Haut rein. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Ciao.